Es gibt Bands, die jeden Schlag von einer Gitarre schieben die drauf. Sowas hasse ich. Ich finde, Musik kann so nicht sein. Ich habe wirklich vor ein paar Tagen diese Session zugeschickt bekommen und zuerst gedacht, um Gottes Willen, was ist los, weil das war ein Audio-File-Folder. Normalerweise kriege ich eigentlich keine Sessions, also keine Pro Tools Sessions. Es ist eigentlich eher üblich, dass man sich Files hin und her schickt und zwar von vorne bis hinten. Die fangen vorne an. Ich erkläre alles, auch wenn manche Sachen ganz klar sind. Die fangen vorne an und hören natürlich hinten auf, aber fangen halt immer bei Null an und dann kannst du in jedem System, in jedem Programm, schmeißt du dann die Files rein, alle auf Null und dann kannst du abspielen und dann kannst du da ein Mix von machen. Und deswegen ist das eigentlich so das Format, was man benutzt, eigentlich wirklich rohes Audio-File und das war ein Folder mit 317 Files. Dann habe ich gesagt, scheiße, 317 Spuren, das ist jetzt aber unpraktisch. Aber dann habe ich und das war ein bisschen durcheinander, wie sie es hochgeladen haben und dann war es dann doch 317 Audio-Files, aber aus einer Session und dann sind es jetzt, ich schätze mal, es sind 100 Spuren oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, es ist jetzt nicht so, ich habe das schon öfter gehabt, ich habe vor ein paar Jahren *** gemischt, es waren auch immer 250 Spuren, die ich gekriegt habe. Da bist du halt erstmal wirklich unpraktisch, du bist wirklich, weil die arbeiten ja mit dem Zeug, bauen diese Sessions langsam auf, mischen sich so, machen sich so Gruppen, Effekte, sind manchmal 20 Spuren nur Effekte, aber das musst du, dann hast du das alles von Null und musst alles erstmal erraten, wie haben die das überhaupt gemeint. Das ist Wahnsinn, das kannst du vergessen halt irgendwie, deswegen unpraktisch. Ich habe überhaupt kein Comping gemacht, wo ihr einfach komplett alles rein geschickt. Komplett, jeden Effekt, jedes einzelne Ding und du musst natürlich immer, kannst du ja nicht wissen, wie hatten die die ganzen Verhältnisse gehabt, wie ist das gemeint? Das ist ja Lotterie, hat ganz gut funktioniert, aber ist natürlich anstrengend, weil du kannst ja auch gar nicht so viele Spuren gleichzeitig mischen, ohne weiteres in Pro Tools. Das heißt, du musst vormischen und wenn da was anders gemeint ist, musst du wieder zurück, wieder bouncen und das ist Wahnsinn halt. Aber hier in der Session war es sehr praktisch, tatsächlich, die habe ich aufgemacht, das waren alle Files da, bis auf Melodyne. Melodyne ist, kennst du nicht? Ich erkläre es kurz. Melodyne ist ein Programm, wo man tunen, zum Beispiel Vocals mit tunen kann. Also Tonhöhenkorrektur, Formantkorrektur und sowas, in einer sehr professionellen Form. Das ist eigentlich so mit das Beste, was es so gibt, vom Sound halt. Da kann man wirklich sehr extrem eingreifen. In der neuesten Version mittlerweile sogar kannst du aus dem bestehenden Akkord Töne verändern. Aus einem Signal halt. Das ist wirklich der Typ, der das macht, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Also wirklich, also im positiven Sinne. Das ist schon echt krass. Und das ist halt üblich, dass das benutzt wird, oftmals. Ich benutze es für mich selbst. Ich habe es zwar eher nicht. Das liegt aber daran, dass ich totaler Hasser von Vocal Tunen bin. Und Editing in dieser Art. Mittlerweile. Früher habe ich das viel gemacht, als es noch keiner gemacht hat. Aber halt nicht auf diese Art. Nicht so extrem. Heute wird ja alles getunt und editiert und ich hasse es wie die Pest. Wenn sie im Endeffekt noch so scheiße singen und es wird trotzdem irgendwie auf eine Strecke. Naja, wenn er scheiße singt, wird es auch nicht supergeil klingen. Aber man kann es halt irgendwie da... Allerdings ist es auch gut, wenn man es schafft, eine Performance einzufangen und dann irgendwie drei Töne tunet und wegen diesen drei Tönen diese Performance nicht da wäre, weil es zu schief war. Es ist eine gute Sache. Aber heute wird das ja ganz anders angewandt. Also die ganzen Aufnahmen auch. Die Leute nehmen ja mit diesen Sachen im Kopf schon auf. Und auch mit der... Ich habe schon Bands gehabt, die sagen, wie jetzt? Da wird doch eh alles editiert. Es gibt Bands, die haben jeden Schlag von der Gitarre schieben die drauf. So was hasse ich. Also ich finde Musik kann so nicht sein. Also das Grundsätzliche ist eigentlich erstmal... Für mich ist es schon Kunst halt und das soll es auch eigentlich bleiben. Also wenn ich es aufnehme, dann versuche ich, dass die Leute auch irgendwie eine Darbietung da haben. Das muss irgendwie eine Performance sein. Das heißt, die müssen da... Das muss ja interessant sein. Also du kannst ja nicht einfach irgendwie was zusammenschneiden. Da kannst du ja gleich irgendwie alles aus dem Computer machen. Das ist nicht gut. Also so kann man da nicht rangehen. Aber es ist gut, wenn man es benutzen kann. Weil einfach mal eine gute Performance... Ihr werdet es hier auch hören. Tatsächlich sind hier noch so ein paar Kleinigkeiten drin, die ich wahrscheinlich jetzt noch im Mix nacheditieren werde. Und so ist es halt auch bei den Sängern hier zum Beispiel. Das sind wirklich beides gute Sänger. Und auch die haben mal einen Ton, der nicht perfekt sitzt. Aber dann kannst du den halt kurz editieren. Und die haben halt Melodine benutzt, um mal wieder zurückzufinden, um das zu tunen. Und haben ja dann halt einfach... Das war das Einzige, was nicht funktioniert hat. Weil meine Melodine-Version anscheinend nicht kompatibel war. Obwohl die auch eine ältere hatten und ich auch. Und ich habe keine Ahnung warum. Er konnte diese Files nicht interpretieren. Und dann habe ich halt gesagt, komm, printet das mal rein. Und das ist auch eine gute Sache, dass man solche Sachen wirklich immer... Wenn man eine Session versendet und du machst da Melodine, hast Tuning laufen im Hintergrund. Echt immer rein machen. Beide Files mitgeben. Ohne und mit Tuning. Und keine EQs und sonst was. Aber nur das Tuning. Sowas ist einfach total nervig, wenn man dann diese Sachen nicht an den Start kriegt. Dann muss man das neu tunen oder so. Und das ist alles schon da gewesen. Macht das keinen Sinn. Ich habe auch schon Sessions bekommen mit irgendwelchen Autotune-Sachen in den Chören und so. Weißt du, machst du das auf? Jetzt habe ich mir mal Autotune wieder gekauft. Aus diesen Gründen tatsächlich. Aber es wird trotzdem nicht kompatibel sein. Weil ich habe es auf URD und die haben es dann irgendwo anders. Und dann schicken die das halt mit. Und dann ist das ja ein essenzieller Bestandteil dieser Aufnahme. Dass dieser Chor so und so klingt. Weil er halt durch Autotune lief halt. Und also auch passt. Und wenn ich das aufmache, klingt es halt nicht so. Und dann weiß ich auch nicht mehr so, wie stark haben die das jetzt getunt. Weil wenn das Ding überhaupt gar nicht gelesen wird halt irgendwie. Also sowas würde ich halt immer... Der erste Tipp für heute. Würde ich halt immer printen halt. Also... Oder committen oder was auch immer bouncen. Wie man das auch immer nennt. Im Pro Tools ist das recht praktisch. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Programmen jetzt heute so ist. Im Pro Tools gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Halt bouncen. Natürlich. Also es gibt Track Bounce und wie es in allen Programmen auch ist. Und Bounce aus allen möglichen Ausgängen, wo das halt so rauskommt. Oder man kann auch die AUX Returns bouncen oder so. Oder es gibt sowas wie natürlich Duplicate, wenn man die Files machen will. Einfach Sweepen. Logic auch zusammenkleben, ne. Das ist klar. Oder es gibt Committen im Pro Tools. Und das bedeutet, der macht... Das finde ich sehr geil, weil du kannst einfach draufdrücken und sagen Commit. Und dann macht er dir einen neuen Track. Und du kannst sagen, währenddessen machst du den alten inaktiv. Dann braucht er keine Power mehr. Du kannst dann immer mal wieder den alten aufmachen. Und dann gibt es natürlich noch Freeze. Und Freeze bedeutet, der printet halt auf diesem File alle vorhandenen Plugins, Effekte, EQs, sonst was. Alles, was in diesem Channel drin ist, mit rein. Und lässt dir aber auch die Sense und sowas noch aktiv. Also das heißt, du kannst weiterhin dein Reverb und sowas bestimmen. Du kannst jetzt aber nichts mehr dran drehen. Und dafür hast du aber auch die Processing Power frei. Und wenn du dann aber sagst, ah scheiße, ich muss doch nochmal. Dann kannst du das auftauen. Du drückst nochmal drauf. Dann dauert es einen Moment. Normalerweise sehr schnell. Bei euren Programmen sehr schnell. Hier? Je nachdem, was man benutzt, sehr schnell. Weil hier ist es so, dass... Solange du sowas hast wie UAD, was supergeil ist von der Qualität, hast du aber auch wieder Nachteile. Es geht aus dem Computer raus und wieder rein. Das heißt, Freezen und sowas dauert länger. Also wenn ich jetzt hier was... Zum Beispiel so eine Session, auch mit 100 Spuren, Bounce, und ich habe kein UAD drin und so. Normale Anzahl an Tracks dauert es wahrscheinlich 5 Sekunden. Mit UAD dauert das fast Echtzeit. Weil es einfach anders gerechnet wird. Die rechnen ja durch die DSPs, was weiß ich, wie es funktioniert. Dauert halt einfach ein bisschen länger. Und wenn man dann freest, dann dauert es natürlich auch ein bisschen, bis man es auftaut. Also Hintergrund für das Ganze ist im Endeffekt nur, weil ich limitierte Rechenpower habe. Genau. Also man neigt natürlich dazu. Es gibt natürlich immer mehr Power und immer mehr Power. Und man denkt, früher dachte man immer, wenn ich das hätte, Wahnsinn, dann kann ich ja alles machen. Aber was passiert ist natürlich, man benutzt natürlich auch mehr. Das heißt, du hast die geilen Plugins. Dann habe ich, weißt du, dann kaufst du dir so ein UAD. Zuerst hatte ich einen Vierer mit vier DSPs. Vorher hatte ich ja diese Pro Tools. Dann habe ich das gehabt. Da habe ich gedacht so, oh. Das war knapp. Und dann habe ich noch acht dazu gekauft. Und dann... Ja, das läuft jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich 96 Prozent Auslastung. Ich habe noch so ein anderes mitgebracht, falls wir drüber kommen. Man nimmt natürlich dann auch immer die besten Sachen und alles, was geht. Und dann geht es halt weiter. Was ich tatsächlich nicht mache, ist vielleicht ganz interessant, nochmal zurückzukommen am Anfang überhaupt erst mal, ist zum Beispiel diese ganze 96 Kilohertz Geschichte und 100 bis was weiß ich. Das mache ich nicht. Also ich benutze weiterhin schon seit Jahren. Und ich habe viel verglichen und viel gemacht für Rockmusik. 44, 1, 24 bitte. Weil ich habe schon... Und ich habe schon Blindtests gemacht und ich habe auch Leute schon, die mir gesagt haben, unbedingt muss das 96 K bleiben und so. Da höre ich überhaupt gar nicht drauf. Das rechne ich sofort um. Weil im Endeffekt klingt es tatsächlich anders, aber für Rockmusik nicht unbedingt schlechter. Und ich habe schon Leute gehabt, tatsächlich. Ich kann mich erinnern, die das unbedingt so haben wollten. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich einen Vergleich gemacht. Beide Sessions. Was ist denn besser? Und da hat sie echt 44, 1 ausgewählt. Und ich glaube, mit diesem Format kann man immer noch super Sachen machen. Und man hat nicht so viele Probleme mit anderen Geschichten. Ich mache es schon alleine. Wenn man Camper benutzt zum Beispiel, ist es schon schlau 44, 1 zu haben, wenn man digital machen will. Der blöde Camper, das kannst du senden. Der kann nur, oder ich weiß nicht, ob es in einer ganz neuen Version in diesem Floor Camper anders ist, aber der kann halt nur Digital Master sein. Das heißt, wenn ich den digital dran hänge, übers SpDIF, also digital halt angeschlossen, muss... Ist das so? Das ist so. Und wenn nicht, hast du Knacken. Der läuft halt, aber das knackt dann halt die ganze Zeit. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Du musst immer umstellen. Normalerweise lässt du auf Internal laufen, dann hast du mal Reamping oder so. Ich mache es halt wirklich digital, wenn möglich. Warum sollte ich da jetzt noch, wenn ich mit dem Camper mache? Sonst mal habe ich so eine Reamping Box. Und der kann halt nur 44, 1. Und deswegen ist das immer schon Vorteil. Aber wenn ich jetzt eine Live-Platte mische, das habe ich gerade gemacht, habe ich auch Reamped. Die hat ein DI mit aufgenommen. Dann mache ich es dann halt analog. Genau. So. So. So.